Wuhu, yeah, singt den Zem-Scheiß, ihr singt alle gleich, ich möchte anders sein. Wuhu, will was Neues ausprobieren, will was anderes sein als ihr, neuer Song, neuer Stil, yeah. Es ist wie ein Virus, wenn ich durch die Straße zieh, bei jedem da dieselben verdammten YouTube-Monum-Sie-Krank so einst, weil der ganze Rest einfach unbeliebt. Doch wie stimmt es, so einfach ist das nicht, ich geh durch meinen Kopf, kein Bock mehr auf Musik, die jeder schon einmal gehört hat, denn es ist einfach nur nix für mich. Ich suche mir die Brutus und Fetzen, ich möchte ein Zeichen setzen, dass alles erlaubt ist, dass alles okay ist, dass alles gut aussieht und dass ich mein Leben geh. Kein Livestream, scheiß auf Hater und Kontakt, alles reduziert 10%, doch ich bin hier die einzige Stimme. Wuhu, jeder singt denselben Scheiß, ihr singt alle gleich, ich möchte anders sein. Wuhu, will was Neues ausprobieren, will was anderes sein als ihr, neues Song, neuer Stil. Ich singe, was ich will, schreib mir meine Zorn, ey, ich bin so wie ich bin, also laber mich nicht voll. Ich singe, was ich will und folge nicht den Sprung, wenn das hier so weiterläuft, mach ich ne Korrkondition. Schon damals begann dieser Wahnsinn, als ich fünf supports hatte, nie etwas aufgeregt, war man mal schiechelt und traut, um mich niemals zu fragen. Doch heute bin ich hier der Boss, sing was ich will, es gibt dir kein Muss, rappen alle, ich hab keine Lust, ich fühle mich frei und kenne keinen Brust. Entwickele meinen eigenen Stuff, ich sage goodbye, übersing nicht mehr nach, ich schneide zusammen meinen eigenen Scheiß, ich schaue es mir an und fühle mich frei. Kein Life, sieben Scheiß, auch Hater und kommentare, alles revitiert 10%, doch ich bin hier die einzige Stimme. Wuhu, jeder singt denselben Scheiß, ihr singt alle gleich, ich möchte anders sein. Wuhu, will was Neues ausprobieren, will was anderes sein als ihr, neuer Song, neuer Stil. Ich singe, was ich will, schreib mir meine Song, ey, ich bin so wie ich bin, also laber mich nicht voll. Ich singe, was ich will und folge nicht dem Sprung, wenn das hier so weiter läuft, mach ich ne Korrkondition. Hallo Freunde, der Epis 16 ist wieder am Start. Ich hoffe euch hat meine Parodie gefallen. Die eine ist doch nicht, die konnte nicht, deswegen, ich konnte euch nicht mit dem Video in den Stich lassen. Deswegen habe ich das doch gedreht und ich hoffe euch hat das auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich über einen Daumen freuen, wo es auch eigentlich nicht ein Snitz war, ich sonst noch nicht mein Konto richtig registriert habe bei YouTube. Ich bin ja schon YouTube Partner geworden, aber ich muss noch meine Kontodateien eingeben und das mache ich noch zu Zeit. Ja und ich hoffe, ja dann abonniert mich und ich hoffe euch hat das gefallen, wie ich ja schon gesagt habe. Ja und ich habe einen neuen Download-Link. Ich habe geguckt, dass das andere nicht funktioniert hat, deswegen habe ich jetzt das alles bei jedem Video umgeändert. Das ist vomchip.de, da könnt ihr nicht nur meine Videos downloaden, sogar andere Videos halt von YouTube. Also ich habe den selbst schon mal noch nicht so genutzt, aber ich habe davon gehört, also Chip ist ja so eine Sicherheit. Also da sind keine Viruse in dieser App, weil die ist ganz schön sicher, diese App. Äh, oder dieses, äh, die kann man aber leider nur für den PC runterladen, deswegen, ja. Ich habe euch nicht mehr darauf zu erzählt, aber ihr könnt euch gerne teilen, das Video und, ähm, Kommentar drunter machen im Video oder, äh, euch das Downloaden. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, jo und dann tschüss. Tschüss.